er ist europäisch Australien ist ein Kontinent die Europäische Union ist groß die Europäische Union ist groß Indien ist kein Kontinent es gibt in Australien viele Kamele in viele Kamele Australien die Union seine Frau ist aus Indien meine Eltern sind aus China meine Eltern sind aus China warst du schon mal in China? warst China die Lampe ist europäisch die Lampe ist europäisch die Lampe ist europäisch Kina Kina Vielen Dank. Vielen Dank.